Dieser Opel Mokka ist hier zum Verkauf angeboten. Der schwarzfarbene SUV ist 5-türig, bietet Platz für 5 Personen sowie viel Stauraum fürs Gepäck. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 22.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der SUV besticht durch sein luxuriöses Lederinterieur und zahlreiche Ausstattungsdetails wie Navigationssystem, Tagfahrlicht, Einparkhilfe, Partikelfilter, Nebelscheinwerfer, und noch vieles mehr. Der Diesel überträgt eine Leistung von 136 PS auf ein Schaltgetriebe. Kontaktieren Sie uns. Wir informieren Sie gerne näher. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020